Also, mein Name ist Werner Kreis. Ich bin seit 1989 in diesem Unternehmen tätig, habe als kleiner Koch angefangen und bin mittlerweile seit zwei Jahren Küchendirektor für das gesamte Ostsee. Weil wir ein großes Team sind, wir sind hier am Strand, wir haben Sonne, wir haben Meer, wir haben ganz viele Vergünstigungen für Mitarbeiter, wir haben Personalwohnungen. Es sind auch ganz viele Mitarbeiter aus der Gastronomie, was auch immer wichtig ist für Gastronomen. Aufstiegschancen könnte ich ein Beispiel nennen. Also, wir haben ganz lange zwei Spülkräfte gehabt, wo wir dann gedacht haben, die sind eigentlich zu schade für die Spüle. Die haben wir in die Küche integriert, die sind mittlerweile gut ausgebildete Köche auf dem Posten und verdienen natürlich dementsprechend auch mehr. Also, besondere Qualifikationen, klar, wäre schön, wenn man das gelernt hat, aber wir nehmen auch ungelernte Kräfte, man kann die auch anlernen. Und natürlich Freude an der Arbeit, ein bisschen Eigenmotivation wäre auch ganz toll und Verantwortungsbewusstsein, da stehe ich ja total drauf. Gut. Gut. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020